Die ukrainische Offensive hat ihre Ziele deutlich verfehlt. Die politische Führung in Kiew äußert Selbstkritik und stellt klare Erwartungen an das Militär auf, um nun Erfolge zu erzielen. Eine Analyse von Vassili Golod, ARD Kiew Vor Erleichterung weinend fallen die Bewohner der Stadt Schazon ukrainischen Soldaten in die Arme, ein Jahr ist es her, dass das ukrainische Militär Schazon aus der russischen Besatzung befreien konnte. Es war die Hoffnung auf diese Emotionen, die Präsident Volodymyr Zelensky bei vielen schürte, als er 2023 zum Jahr der Rückkehr ausrief. Heute ist klar, diese Erwartungen konnten nicht ansatzweise erfüllt werden. Die ukrainische Offensive blieb ohne durchschlagenden Erfolg. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Im Westen wurde viel und lange diskutiert. Ob, welche und wie viele Waffen geliefert werden können. Auf Zusagen folgten keine sofortigen Lieferungen. Fakt ist, das gab Russland ausreichend Zeit, eigene Stellungen auszubauen, massive Minenfelder anzulegen. Die Erwartungen an die ukrainische Offensive waren nach Ansicht vieler Militärexperten überhöht. Fakt ist auch, die Ukraine selbst hat eindeutig mehr erwartet. Daraus macht niemand mehr ein Geheimnis. Valery Salushny, Oberkommandierender der ukrainischen Streitkräfte, gesteht in einem viel diskutierten Beitrag für den britischen Economist Erfehler ein, spricht von einem drohenden Patt und zieht Vergleiche zum Ersten Weltkrieg. Doch über den öffentlichen Umgang mit den eigenen Fehlern gibt es grundlegende Meinungsverschiedenheiten. Salushny hat mit seinem Text Verärgerung bei der politischen Führung ausgelöst. Im Ziel sind sich Zelensky, Salushny und die große Mehrheit ihrer Landsleute einig. Die Ukraine kämpft um die Rückkehr zu ihren international anerkannten Staatsgrenzen von 1991, einschließlich Krim und Donbass. Umso erstaunter soll der Präsident gewesen sein, als er den Beitrag seines wichtigsten Militärs lass. Der Inhalt war offenbar nicht abgesprochen. Besonders durch den Vergleich mit dem Ersten Weltkrieg sehen sie im Präsidialamt ihre politischen Bemühungen torpediert. Top-Militärs sollen ausgetauscht werden. Während Salushny den Westen mit seiner nüchternen militärischen Analyse wohl aufrütteln und zu mehr Waffenlieferungen bewegen wollte, fürchtet die politische Führung um Zelensky aufgrund der Art der Kommunikation das genaue Gegenteil. Deshalb drängt Zelensky darauf, die Ukraine wieder in eine Position der Stärke zu bringen, an der Front und in der öffentlichen Kommunikation. Auch deshalb wurde Salushny, der lange als unantastbar galt, vom Präsidialamt öffentlich zurechtgewiesen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.